Musik Joho Leute, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ja, ich hab mir ein bisschen was vorgenommen für die nächsten Folgen. Ich hab von einer Klassenkamerade ganz viele Bauvorschläge bekommen, um das alles bauen zu können. Müssen wir erstmal in die Höhle gehen und davon hab ich ein bisschen Angst. Ja, davon hab ich sogar sehr große Angst. Achso, und wir müssen was essen. Haben wir noch was essen zu essen in der Kiste? Genossen? Nein. Also suchen wir uns erst was zu essen. Und ich hoffe, ich bin auf Skype auch beschäftigt. Ja, das stell ich jetzt mal eben nicht mehr um. So, dann machen wir jetzt erstmal vielleicht ein paar Folgen, wenn wir es über Leben höhlen. Aua. Und dann fangen wir an mit den großen Bauvorhaben. Ich verrate da erstmal nur nichts. Ihr könnt mir trotzdem weiterhin was in die Kommentare schreiben. Aber ich hab hier so ganz viele Zettel von der bekommen. Danke nochmal an dich, ne? Also wirklich danke. So. Dann töten wir noch eben die Kühe und das Huhn. Und dann gehen wir nach oben, kochen das. Kochen? Braten? Was weiß ich. Und dann gehen wir nochmal in eine Höhle. Die aber diesmal nicht so weit weg ist, dass wir auch unsere Sachen wiederfinden. Stebkuh! So. Schafe lassen wir noch am Leben. Jetzt wird er wieder hoch auf unseren Berg. Na verdammt, wir haben noch eine halbe Hungerkeule. Am Essen werde ich das jetzt erstmal nicht. Achso, Leute. Und zum Poki-Projekt, ne? Wenn, ich weiß nicht, ob da heute auch noch eine Folge von kommt. Aber wenn. Ihr müsst mir ganz viele Tipps in die Kommentare schreiben. Ich kenne mich mit Techit. Oh, oh. Aber. Mit Techit überhaupt nicht aus, ja? Also schreibt mir ganz viele Tipps zu Techit Lite in die Kommentare. Geht auch hier. Es wird heute die sozusagen dritte Folge kommen, weil die zweite. Die ist verloren gegangen. Ich weiß nicht warum. Ich habe nichts gemacht. Und dann, ja, kommt heute die dritte wahrscheinlich. So. Also, nur dass ihr es wisst. So. Zuerst mal. Wind, äh, Schweinefleisch. In der Zeit machen wir uns schon mal eine Eisen-Axt. Aber wir brauchen das ja alles aus Eisen. Das ist sehr wichtig. So, ja, gebranntes Schweinefleisch. Rindfleisch rein. Au. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Vorräte an Essen sammeln. Rindfleisch rein. Rindfleisch rein. So, und die anderen beiden nehme ich jetzt noch mit. Und dann auf dem Weg töten wir einfach alles, was wir sehen. Und legen das dann hier zu Hause als Vorräte an. Nehmen dann nicht immer alles mit. Weil dann, wenn wir vielleicht nochmal sterben, haben wir ein Problem. So, und ihr glaubt es kaum, aber ich hab da gerade, ah, eine Höhle gesehen. Die meinte ich. Fackeln. Och, nee. Wieso bin ich denn so doof? Timer hab ich mir auch mal ausnahmsweise gestellt. So. Hübs, habs, habs. So. Haben wir noch Kohle in der Kiste, ja. Davon nehmen wir dann einfach mal alles mit. Wir haben ja noch Kohle im Ofen. So, und darauf machen wir uns jetzt erstmal fackeln. So. Ja, okay, dann können wir die Kohle auch hier lassen. Okay, zumindest die Hälfte. Die vierze nehmen wir mit, man weiß nie wofür. Also. Äh, ne, nicht nochmal da runterspringen. Äh, äh. Ja, das war auch gut. Ja, geil. Das ist die Höhle meiner Träume. Boah, das war ne super Höhle. So. Und wenn's die Möglichkeit gibt, dann rech' ich mich an den Monstern. Holz brauchen wir, glaub' ich, auch wieder ein bisschen. Nehmen wir mal den Baum hier mit. So. Dann haben wir sechs Holz. Man weiß ja nie wofür. Und ich möchte eigentlich gar nicht von zu Hause weggehen, denn... Sonst find' ich das nicht wieder. Ich möchte doch mal eine... Oh, eine Kuh. Eine Höhle finden. Können wir uns vielleicht schon mal ein bisschen... Nein, ich dachte, wir könnten uns Rüstungen machen. Können wir aber nicht. Hallo, Schaf. Oh, hier ist eine Höhle in der Nähe. Oh, da hab' ich XP vergessen und... Ja, geil. Chicken Rings. Hier gibt's auch bestimmte Höhlen. Hier kam wer her. Hier wird's unserem Home-Suite-Home gekommen. Anybody here? Ha-ra? Ey, Mann. Es muss doch Höhlen geben. So. Ich dachte grad, der Baum wär eine Kuh. Ja. Ey, wenn ich diese Folge nochmal sterbe, schreibt in die Kommentare, was ich da machen muss. Ja, genau. Wenn ich diese Folge nochmal sterbe, schreibt in die Kommentare, was ich da machen muss. Aber ich hoffe, dass ich... Ich hoffe mal, dass ich nicht sterbe. Wir hätten jetzt gleich macht hinter uns Zischbum. Und scheiße, sieht man das jetzt? Wenn ja, wenn ja, wenn ich am Arsch. Ich mach' einen kurzen Cut. Bis gleich. Joho, Leute. Joho, Leute. Ähm, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Und wie ihr seht, sind wir hier an einem komplett anderen Ort. Denn meine scheiße Aufnahme, ja, die hat nicht gespeichert. Die, nachdem ich da was wegmachen musste. Also, auf meinem PC. Und deswegen... Aber wir haben nichts groß gemacht. Eigentlich gar nichts. Wir sind nur weiter rumgelaufen und haben eine Höhle gesucht. Also, häng' ich hier jetzt das noch mit dran. Und welcher ist jetzt unser Berg? Ich möchte sicher gehen, dass wir auch noch Hause finden. Wir kamen noch von hier. Ich glaube, wir kamen da unten aus dem Tal. Kamen wir von da? Nein. Also, Leute, ich mich mal eben zu meinem Haus. Oh. Ist das da oben drauf? Nein. Das kann ich. Ja, geil. Man, das ist das. Ich geh' glaube ich in die Richtung. Nein, in die Richtung geht's definitiv nicht. Dann geht's in die. Aber, hä? Wo war das denn? Ach, Scheiße. Wir müssen schon wieder was essen, weil ich jetzt Sprinter. Nenn mal, hier waren wir jetzt gerade drin. So. Hier. Hier. Ja, das weiß ich auch noch. Aber wir kamen doch von hier. Kuh, sag es mir, wo? Sag mir, wo? Ach, Mann, nee. Nicht zu Hause suchen. Ich wollte doch extra nicht so weit weg. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, wir... Ach, ich springe schon wieder. Egal, Jolo. Hier sind genug Kühe. Ich hab's immer auf die abgesehen. Ja, geil. Ja, danke fürs Höhle-Zeigen. Geh' ich aber nicht rein. Nö. Da ist unser Zuhause. Da geh' ich jetzt rein. Ja, geil. Das war mein Ziel, diese Höhle zu finden. Geil. So, ich stirbe. Oh ja, wir könnten Brustpanzer aus Leder machen. Da sind die Babos. Heute läuft doch irgendwie alles Ski. Jetzt mit dem Poki-Projekt. Dann jetzt das. Nein, oder? Wie kommt das so bekannt vor? Gut, hier in die Richtung ist nix. Wir werden jetzt gleich noch eh sterben. auf den letzten paar Minuten dieser Folge. Wir haben zu wenig Fackeln, glaube ich. Hilfe. Schwimm! Schwimmforrest, schwimm! Ja, das war geil. So, höh, Monster! Keine Monster. Geil, wir haben noch... Creeper! So, das war gut. Creeper töten ist immer gut. Ja, geil. Dafür hat sich die Höhle jetzt gelohnt. Super. Ich dachte, jetzt komplexes Höhlensystem. Mehrere Folgen hier drin bleiben. Nein. Alter, wie ich einfach mal gerade in Stichpunkten rede. War ich da schon? War das nicht hier, wo ich die Fackeln weggemacht hab? Äh, ja. Ja, okay, dann gehen wir wieder in die Oberfläche. Und dann beende ich die Folge. Oh, hier geht's ja auch noch lang. Ja, sehr geil, geht's da lang. Erde. Deswegen sollte man immer Erde dabei haben. Na, was ist denn jetzt? So. Oh, wir werden fast wieder reingefallen. So, wir rennen jetzt noch schnell nach Hause. Wo das auch schon immer wieder war, ne? Geil. Wo war's denn jetzt? Oh, ich erkenne das wieder. Ich weiß, wir müssen nach da. Und ich sprint jetzt einfach mal. Weil ich schnell nach Hause möchte. Und ich weiß, ich sollte mit dieser Stimme aufhören. Da ist es. Au, wir sterben gleich. So, die Folge war sehr unproduktiv. Oh, oh. Wenn es das Skelett jetzt abschießt, ne? Ich hab's gehört. Ich werde in das Skelett. Ich hasse Skelette. Oder wenn wir jetzt hier den Berg runterfallen, davon sterben. Das wär so scheiße. So, was haben wir mitgebracht? Leder. Geil. Super. So, wie machen wir nochmal einen Brustpanzer? Äh. Ich glaube. Alter, wie peinlich das ist, dass ich keinen Brustpanzer kann. Ja. Geil. So, damit beende ich die heutige Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal noch nicht wieder. Wie gesagt, schreibt Kommentare zu TechItLight um rein. Oder was ich bauen soll. Nochmal danke an meine Klassenkameradin. Und mit der untergehenden Sonne und dem Gang ins Bett verabschieden wir uns. Guten Nacht. Haa. Das war's.